Sie meinen? Anscheinend ist das so geschützt. So, ich frag jetzt nochmal. Hoffentlich antwortet mir jemand. Soll ich dann, äh, hier Daniel so eine gerade Linie ziehen? Guck mal hier, Schätzchen. Da schreibt einer Noob. Kannst du also nicht abbauen. Jetzt hab ich auch noch Very geschrieben. Falsch auch noch, äh. So, was wolltest du jetzt sagen? Soll ich denn die Mauer hier so gerade setzen? So? Oder? Nee, ein Stückchen. Ein Stückchen hier so, äh. Ja. So? So, dass du hier die Baumreihe hier, wo ich jetzt bin. Wo bist du denn? Die, die hier oben. Die Baum, eine Baumreihe lang, ja. Da oben? Ach du heiliger. Super, hier steh ich im Wald. Na ne, ein Baum hier musstest du da mit reinnehmen. Den hier. Du musst mich dirigieren, ich seh nämlich gar nichts wegen Baum. Äh, ich seh nichts wegen Sonne. Ach komm. So, die Baum mal. Ne, zu tief. Zu tief? So. Mal noch ein Stück höher. So. Äh. Ja, bitte? Ja, Bau. Ach, das seh ich doch bis hierher, dass dein Schlitz ist. Wo ist das Schlitz? Unten links. Ach, jetzt geht Schlitz. Mit deiner Hose vielleicht auch hier nicht. Neben meinem Arsch ist ein Schlitz. Wenn dann ein ganz kleiner Schlitz ist, kann da keiner durchkriechen. Ja, stimmt, da ist kein Schlitz, hast recht. So, jetzt so eine Mauer drauf. Ja, ich muss erst mal vier Steine und so einen Scheiß wieder. Ah, Mann. Was? Und die nächste, die machst du dann hier so gerade rüber, weißt du? Hinter diesen Buschelbaum hier. Zack. Oh, das ist ein bisschen zu hoch. So, so. Ähm. Lass dich abbrechen, oder? Lass dich abbrechen, oder? Zeig mal. Jetzt zu spät. Hier steht's. Ne, ne, lass ruhig. Ist okay. Ne, das gefällt mir aber so nicht. Das ist nicht akkurat. Doch, doch. Schon. Nein, das ist... So, die nächste machst du jetzt hier so gerade, ne? Warum kann ich das nicht? Hm. Ne, hier zwischen dem Baum. Zwischen die beiden Bäume hier. Den Baum nicht mit reinnehmen. Welchen? Zwischen den zwei Bäumen. Alles klar. Genau. Ich sehe zwar nichts, aber ist okay. Ein Stückchen nach links. Ein Stückchen nach links. Ich bin unterwegs. Halt, halt, äh, so ist... Moment. Noch ein ganz kleines Stückchen nach links. So. Okay, äh, warte. Ein Stück zurück, so. 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 Ja. Da muss ich aber noch bisschen runter, sonst ist die Maul... Ach, scheiß drauf. Ja. Da wird schütteln. Da kann ich natürlich rutschen. Ja, das sagst du. Das soll dadurch rutschen. Ich sehe ja nicht meine Witze. Und da noch Gräser und alles mit Glück hervor. Eine Witze. Ein, zwei, drei, vier. So. Bam. Genau. Das sieht ja auch kein Schwein. Ja, das ist schon klar... Ne, das ist schon klar, dass die dann immer eine... Oh, ich sonne, ey. Ich sehe eigentlich eine Mauer nicht mehr, oder? Ja, das ist schon klar, dass die immer eine Etage höher wird. Wegen dieser Ebene. Weißt du? Ja, ja. So, jetzt muss ich immer... Gott, kann ich noch viele Mauern setzen, alter. Na ja, dann wird's vielleicht reichen. Hoffe ich doch. Um das Gelände. Das einzige, was uns... Ah, das ist doch wohl. Die Steine könnten uns ausgehen. Hast du gerade gesagt, wie... Ich kann auch so viele Mauern setzen. Ja, ich kann auch viele setzen, aber halt nicht unendlich viele. Und jetzt weißt du ja, hier... Bis hier so, ne? Hier gerade jetzt, wo ich stehe. Hier und so. Trau dich ja nicht zu schießen. Ne, hier so, wo ich... Die musste noch ein bisschen... Die musste noch ein bisschen... Die musste noch ein bisschen... Ähm... Ah, die kann ruhig so... So, besser? Ja, so, perfekt. Wer da her? Wo ist der Zogmi? Der kommt wieder von der dunklen Seite, ne? Ja. Ja. Ja, ich sehe. Komm so, Herr Zogmi. So, die Mauer steht soweit. Hm. Ich mach das dann noch irgendwann alles eben. Du wirst sehen. Müsst ihr sehen. Müsst ihr sehen. Mach ich alles mal eben. Leute, ich verstehe wirklich nicht, dass ihr die ganzen Baudinge haben wollt, aber naja. Was soll's? Soll mir recht sein. Welche Richtung? Immer noch hier. Ja, so wie die davor. Na ja. Kannst du gerade ransitzen. Oh oh. Mag dich nicht. Moment, er kommt. Leg ihn ab. Ich seh nichts. Er schlägt mich. Ach, die Sau. Warte. So ein Frackträger. Hm. Mann, die Mauer stand pep. Perfekt. Wirklich perfekt. Boah, hab das gesehen, wie dunkel das gerade wurde? Wieso hast du mir in den Arsch geguckt, oder was? Nee. Ich musste richtig auf den Boden gucken, damit es hell bleibt. Geh ich zu weit Richtung Himmel, wird alles dunkel. Ja, du bist natürlich nicht für das Paradies gedacht. Deswegen ist das schon mal so ein Warnsignal, dass du gar nicht dran denken solltest. Kann nicht so? Ja. Baumeister. Arsch. Die Mauer versinkt zwar immer mehr im Boden, aber das ist, weil das halt immer höher wird hier. Probleme damit? Alter. Weißt du, wie viel Arbeit ist, wird das eben zu machen? Ach. Hast du eine Ahnung? Warum willst du das, wie meinst du das mit eben machen? Warum musst du dann nochmal, oh, ich seh. Das wird alles schön. Muss dann nochmal was draufsetzen? Ja, muss ich. Hm. Das weißt ja, ne? Was weiß ich. Hm. Du musst hier, also genau, bis hier so. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Also bis hier so. Ich guck noch nicht. So. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis hier. Ne, und dann. Gerade rüber hinter. Also kann ich zusetzen. Ja, ja, und dann gerade hinter, hinter die Seas lang. Gerade hinter die Seas lang, okay. Die Bäume einschließen oder nicht? Warte mal, willst du hier noch ein paar Bäume mit reinnehmen? Weiß ich nicht. Aber ich müsste uns hier in die Tür nehmen oder so. Dann müssen wir immer schnell in den Helis kommen. Dann müssen wir hier hinter die Bäume lang. Ja, ein paar Bäume mit reinnehmen, willst. Ich mein, ich mein wegen den Helis. Wir wollen doch da hin. Ähm. Ja, entweder hier noch. Kann ich das nicht hinterher immer noch machen? Meine Ahnung. Bestimmt. Keine Upgrades vorhanden. Ne, kann ich nicht. Muss ich dann so bauen. So, ich setz. Oh, das war falsch. Bam. Alter. Du musst du eigentlich noch, ja, genau. Oli hast du ziemlich weit hier reingesetzt, was? Ja, das war keine Absicht. Entschuldigung. Ich muss ja bloß arbeiten, ne? Du schaust immer nur Blöde aus der Wäsche. Ja, ich muss hier, ne, planen und so und genau guck. Weil ich helfe dir mit Planen. Das ist auch hier genau so. Genau. Ja, das geht noch. Und da noch ein Stück, ja. Mhm. Und noch ein. Ja, das ist okay. Da spät ich mir jetzt auch scheißegal. Ne, ist eben Bau dahinter gleich. Das sieht geil aus dem Bau. Äh, Bau. Ist ein Bau, ja. Ist ein Baustelle. Furcht am Bau eher, ey. So. Super, ja, super. Alter, leck mich am Fehler. Das muss ich mal gucken. Kommt man jetzt schon rüber? Wände. Du willst hier noch ein paar Bäume, willst du? Ich weiß schon noch scheiße aus, aber. Ein paar Bäume willst du noch mit reinnehmen, ne? Ja, noch gleich, äh. Aber es wird irgendwann alles total eben. Es wird doch wunderschön. Dann musst du doch noch eine, eine Reihe hier ran. Alter, hier ist ja voll der Spalt. Ach lass. Da ist doch ein Baum dahinter. Ey. Was, was rennst du da jetzt auch vorbei? Genau in diesem Moment. Hier, eine musst du hier noch ranstellen. Noch eine? Alter, du bist wirklich ziemlich knapp. Alter, du bist wirklich ziemlich knapp. Wenn du die Bäume, wenn du die Bäume reinnehmen willst noch? Mit dem Leben davon gekommen, wollte ich sagen. Nein, ich hör schon wieder diese Kackviecher, ey. Die was? Diese Kackviecher. Kann man den Zombie hier verschwinden lassen? Ja, sag mal, wo sind das jetzt hin? Hä? Moment. Ach hier. So. Steinchen brauche ich auch noch welche. Zombie, trau dich nur. Ich schwöre dir, ich schieße dich bis zurück da, wo du herkommst. Ich mein's wirklich ernst, Zombie. Traurig. Traurig. Siehste? Ich hab's dir gesagt. Und jetzt bin ich im Kampf. Dankeschön. Was heißt da, bitteschön? Ja, wenn du Dankeschön sagst, sag's mal, bitteschön. Na, wenigstens manieren hat der Kerl. Na, 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 na. Was? Was? Ähm, Sinderblock voll bauen, bitte. Waffen-Symbol verschwinde, kusch, kusch, die Waldfee. Äh. Okay, jetzt aber in 3, 2, 1, geht doch. Das hat wirklich funktioniert. Geh weiter raus. Ja, ja, ich wollte bloß zum Anpassen nehmen. Runter. Was meinst du? Ja, geht. Geht. Ist okay, ist okay, so. Was heißt, ist okay? Auch ne kleine Ritze, aber das... Was? Da kannst du nicht mal durchschießen. Ne. Das probier mal aus. Stell dich dahin, das probier mal aus. Ich kann da durchschießen. Naja. Mach das dann hinterher alles dicht, alles. Schmierst du noch ein bisschen drin hier? Nein, ich mach ne doppelte Mauer mit Todeszone, mit Todesgraben, weißt? Ach so. Und da sind dann oben drauf Selbstschussanlagen und Stacheldraht und so. Und ich muss einen Schnitt machen. Echt musst du das? Ja, dann sag ich mal, ihr habt das schon ein bisschen gesehen. Ich werde dann glaube ich erst wieder aufnehmen, wenn das komplett eingezäunt ist. Ja, ich glaube ich werde auch so mehrere Schnitts machen hier. Alter, das ist ja mal vollpastig. Was anderes passiert ja nichts, außer hier Wand für Wand sitzen. Das seht ihr habt ihr ja jetzt hier gesehen auf einer Seite. Und ja, ne? Bis dann macht's gut auch wiedersehen. Genau. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Tschüss.